Was bedeutet Zivilcourage für mich, nicht wegzusehen, wenn einem Unrecht widerfährt. Sich für andere einzusetzen und für seine Überzeugungen einzustehen, auch in schwierigen Zeiten. Das habe ich unter anderem von Maria Cäsar gelernt. Maria ist nie den einfachen Weg gegangen. Als Kind einer Arbeiterfamilie hat sie sich sehr früh politisch engagiert und sich dem Kommunistischen Jugendverband angeschlossen. Sie hat sich Zeit ihres Lebens, auch unter Lebensgefahr, gegen Diktatur und Faschismus eingesetzt. Sie war im Widerstand aktiv und es war ja auch ein besonderes Anliegen, als Zeitzeugin ihre Erfahrungen jungen Menschen weiterzugeben. Das hat sie bis zu ihrem Lebensende gemacht. Maria hat uns ein Beispiel gegeben, das auch heute noch gilt. Erheben wir unsere Stimme, wenn Unrecht geschieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.